ja was geht ab und heute abend steht wer ein livestream 10 uhr auf twitch und heute wird gezockt ja endlich ist wieder soweit ich hoffe ihr habt euch auch ein bisschen gefreut ja also kurze rede langer sinn doch kurze langer sinn wie gesagt heute abend livestream und 10 uhr geht's los open end freunde paar abo games und bis dahin freunde schön einschalten ich freue mich kräftig auf kräftige zuschauerzahlen ja macht gut von